Kroatien 0-0, er war ein guter Spieler, also ich muss aber sagen, der Lukaku, dankeschön Lukaku, dass du gestern so uneffektiv warst, dass wir die nächste Runde erreicht haben. Matze, wie viel hat Deutschland gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir sagen, die haben 4-2 gewonnen, da aber Japan und Spanien 2-1 besiegt hat, ist Spanien und Japan weiter. Deutschland ist raus. Ja. Takunaka, der bei Fortuna Düsseldorf spielt, hat den Siegtreffer gegen Spanien geschossen. Echt? Ja. Ich würde dich in Düsseldorf rausschmeißen. Für 40 Millionen direkt nach England verkaufen. See you, you never, last night, the Tokalad. Blah, 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 wait, 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 you have everything on camera. Show you, show you, show you a happy, are you sleepy, are you sleepy? No, no, I don't sleep, I say, let's talk a lot. You don't want grapple, brother, you don't want grapple with me, bro. Why you don't want grapple? We train last night, you don't see, we don't come. No, no, I give you time that you recover for today. Talk it easy, every, every bullshit guy talk. Look, hey, you have now on camera, brother. What do you talk, brother? Tonight, brother, hey. Hey, tonight is magic. Only blah, blah. Say, camera, tonight is our man. Yeah, tonight, I'll show you, okay? We're gonna go sleep. We can make now, let's make now. Let's go. Let's go, let's go. Yeah, let's go, brother. Yeah, let's go, brother. You see? Wer will riecht direkt auf der Welt oder blablabla? Wie kann man das in mir machen? Dieser Mann ist doch verrückt! Ich meine Videos habe, ich habe nur YouTube Videosperspottet. Da ist der Beweis. Da ist der Beweis. Ihr habt gezeppt, ihr habt gezeppt, das ist ein Beweis. Be careful, Leute. Be careful with the windows. Let's go, let's go, let's go. Wo ist der, Bro? Hey, warte! Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark. Ganz stark. Deutschland, Bosnian, alle. Manila. Andere Kontinente. Alle kommen für uns, unterstützen mich. Ich denke, ich bin ein Ponomister, oder? Passt euch alle rein. Wenn die Warnländer gehören, Wenn die Warnländer befestigt ist, dann geht es ruhig. Letzte Nacht hat es mich schön, der Jetlag hat mich schön zerrissen, habe eine Stunde geschlafen, aber naja, wir fliegen ja auch morgen wieder nach Hause, von daher ist es nicht so schlimm, ist wie früher, wenn man mal zwei Tage durchgemacht hat. Könntest du dir vorstellen, unter solchen Umständen, wenn du jetzt fünf Tage vorher hier angekommen wärst, dann selbst zu kämpfen? Nein, nein, das ist unmöglich. Ich habe ja viele auch, ich habe selber im Ausland auch gekämpft, jetzt zwar nicht mit so großem Zeitunterschied, aber viele begleitet, die immer minimum mal 10, 14 Tage vorher zu kommen, sich zu akklimatisieren in erster Linie und natürlich dann auch den Jetlag oder was auch immer, dann auf jeden Fall. Damit dann gut umzugehen, ne? Es ist ja eigentlich unter diesen Umständen unmöglich, die gewohnte Leistung sonst abzurufen, ne? Es ist ja, wie gesagt, zwei, drei Tage wach, ne? Dann kannst du, bist ja, mental überhaupt gar nicht da. Ich weiß gar nicht, wo ich bin überhaupt. Wir sind jetzt hier beim Face-Off bei der zeremoniellen Waage. Die geht gleich los um, ich glaube, 10, 15 Minuten. Ja, dann ist das letzte Face-Off. Ja, und danach warten wir dann nur noch auf den Kampf bis morgen früh warten. Wie macht der Trainer heute? Für jetzt ist es gut. Für jetzt ist es gut. Für jetzt ist es gut. Der Moment der Athlete beginnt in die andere Richtung, aber ich glaube nicht, dass es so kommt. Wir immer folgen den gleichen Weg, Roberto und uns. Danke. Ich gebe dir einen kurzen Spinn. Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Alles gut? Danke. Hi, guys. Hi, Ty. Here we go. Edward. Hi. Hi. And Roberto. Yes. Thank you. And Kate. Hello. And right here. Hi. Let's go. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oh, good job. Good job. Good job. First time? Yeah. First time? Yep. Alle in Sand? Behind the blue? Uh, we're beside the belt. Hey, Julian! Wait! Photographer, look at the photographer. He's gonna be on the ramp here. That's your shot. That's the shot that's gonna go out to media. Okay? They're gonna give you the belt. Alright? Two belts. Uh, just one belt for you if you're fighting for one. Sorry. Oh, no two belts. You don't get one belt. You don't have a belt. You're gonna try it! What? Here's standing. talking, girl, girl talking, through the car. Oh, no. I highly swore! 154.25 lbs von Berkoszolden! Das ist so wichtig! Das ist so schön. Aber das ist so schön. Er hat mir gesagt, dass er 2 von der Ritter ist, dass der Ritter sein wird. 1,25 lb für Renier Deredner! Alles ist bereit. Wenn man das jetzt hier gesehen hat und wenn man die Größe von 1 berücksichtigt, kann man nur immer wieder sagen, was Frankfurt doch für ein verrücktes Plaster ist. Das ist jetzt kein wirklich großer Unterschied dazu, oder? Nee. Von der ganzen Location, von den Leuten. Aber von der Aufmachung schon was anderes. Mit dieser riesen Leinwand und so weiter. Aber von der Größe her können wir mithalten. Absolut. Da braucht man das nicht mehr stecken. 100 Prozent. noch ein Bl 33. Aber der Lungen hab. Das ist gut. Da bin ich nicht mehr. Da bin ich nicht mehr. Ah. Da bin ich auch." Oh. Nein, nein, nein. Ausmeut, das kommt. Ausmeut! Ich hab meine Story this morning, and they went like... Where are you going? Bye, bro. I mean, here I go. Huh? You can find me, bro. You ain't following me, bro. Why do you want to sign Roberto? Well, obviously Roberto is the best pound-for-pound European athlete by far in mixed martial arts, but I think Roberto has a unique opportunity to potentially become the greatest combat sports athlete ever by winning multiple world titles across multiple sports. And why I say this is because I had him when Ivan and Roberto were deciding between UFC and one. They came to Singapore, and I looked at how Roberto moves, and as a lifelong martial artist, very, very impressive. Striking, wrestling, jiu-jitsu, he has it all. And what do you expect from the fight tomorrow? It's a really high fight. I think this could be Roberto's toughest fight of his career, because you talk to anybody in Dagestan, anybody in Russia, Murad Ramazanov is a killer, killer. And he's the best wrestler in Dagestan right now, in the 185-pound division. And talk to any wrestling associate, any wrestling gym, anybody. And grab that and grab that one. And save it. And take it to the wearable. And look, good, good. And look, I'll take it to the power of my husband. Come. How are you on? You're on, bye bye, bye. Das ist mehr als genug. Ich fahre mit dem Leften. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut.